Ey, das ist doch nicht normal. Ich kann den nämlich nicht mit dem Bogen treffen. Seht ihr das? Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer Folge Endergames. Ähm, ja, ich habe jetzt in letzter Zeit nur Last Team Standing hochgeladen, aber... Ähm... Ja. Genau. Ihr wisst schon, was ich meine. So. In fünf Sekunden geht's los. Ähm, wir sind Känguru übrigens. Und wir versuchen jetzt einfach mal... Schnell gut... Oh, drei Diamanten gleich am Anfang gesnackt. Ja, das war perfekt die Kiste. Ähm, hier noch ein bisschen was... Ja, gut so. Ich glaube, das ist jetzt erstmalig hier für den Anfang. Genug Stuff. Wir sind natürlich Känguru. Das ist, ähm, hier natürlich... Äh, unser Vorteil. Aber komischerweise, es laggt echt sehr, ähm, wenn Spieler in der Nähe sind. Ähm, mein Internet hier ist so kacke. Ich werde mir hier jetzt irgendwie mein eigenes kaufen, weil... Ähm... Soll es nämlich dann nicht scheitern. So. Oh, fünf Sekunden lag. Da, da, da. Ähm, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Wow. Super. Wir haben eine ganz schön geile Ausrüstung jetzt für den Anfang. Ähm, hier auch noch gleich ein Goldgrusspanzer. Mhm. Ich meine, ich hatte schon besseres... Es ist voll so... Ja, ich hatte schon besseres. So, ähm, fast einen halben Stück eigen und... Ja, blablabla. Aber, ähm, das war ein super Anfang. Da kann man sagen, was man möchte. So, wir sind hier im Wasser. Da möchte ich eigentlich nicht so gerne hin. Ich möchte nur zu der Kiste da. Nur zu dieser. Hallo. Hallo. Was hast du denn schönes für mich? Oh, ich bin für Eischen. Ja, das ist toll. Da freue ich mich immer sehr über. Guck jetzt. Ähm, Michi. Oh, tschau. So, mein Bruder hat gerade ein bisschen reingeredet. Ja, vergiss nämlich immer, dass ich aufnehme. Und dann... Und dann war's das. Ähm. Ja, mein 400 Abonnenten-Special-Leute. 400 sind wir mittlerweile. Und ich denke mir einfach nur so, what? Ähm, 400 Leute, wenn man sich das jetzt einfach mal auf einem Platz vorstellt, 400, ähm, dann denkt man sich auch nur so, what the fuck? Ähm, das ist meiner Meinung nach unvorstellbar. Und ich bin euch dafür mega, 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 mega dankbar, weil, ähm, ähm, ja, 400 ist einfach eine Zahl da, wo ich mir nur so denke, so, ähm, was habe ich in der Zeit alles gemacht? Ich habe mittlerweile über 100 Videos online in der kurzen Zeit eigentlich, muss ich sagen. Weil ich bin ja erst seit Oktober letzten Jahres aktiv. Ähm. Okay, den Hanva. Schnell der Hose an und dann müssen wir... Okay, ne. Gut, der ist... zack, 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 ok, gut, ähm, eine Werkbank brauche ich. Ähm, die Dia's sparen wir uns jetzt noch, weil ich würd mir eigentlich ganz gerne, ähm, da eine Dia-Hose machen, wenns geht, deswegen werde ich mir jetzt aber noch schnell eine Eisenhose machen. Sehr logisch, ne? Ich sage noch so, ja, ich möchte mir eigentlich gerne eine Dia-Hose machen, aber deswegen mache ich mir jetzt eine Eisenhose. Ja, klar. Ja, klar, Thomas. Ja, 400 Leute, das ist für mich, sind das ganz schön viel, wenn man es sich einfach mal vorstellt. In meiner Schule damals waren 200 Leute, weil man denkt, die komplette Schule und vielleicht noch eine gleich große Schule, das ist einfach unnormal. Und für mich ist es auf jeden Fall ganz, ganz viel und ich bin euch da so richtig dankbar. Gut, den haben wir auch bekommen. Der hat ja auch einen Dia-Helm, vielleicht hat er noch Dia oder so. Perfekt, aber wir haben leider keine Sachen zum, wie soll ich sagen, zum Enchantment. Das heißt, das kommt erst mal hier weg. Die Sachen hier brauche ich nämlich nicht. Noch ein Diamant und noch ein Eisenbahn. Dann wäre die Welt perfekt. Ich glaube, die spinnen jetzt natürlich hier raus, weil ich verwende sie kaum. Vielleicht, vielleicht mache ich mal irgendwie sowas, dass ich zum Beispiel so ein paar Tricks mache. In der Serie, aber du, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ich denke einfach mal, dass du Diamanten hast. Und er hatte einen Diamant, das ist natürlich perfekt. Zack, und jetzt haben wir eine Dia-Hose. Und jetzt machen wir uns auch noch eine Eisenbrust. So, wir sind ganz gut ausgerüstet, würde ich jetzt mal sagen. So, und jetzt können wir dann auch wahrscheinlich noch verzaubern. Schärfe, das ist besser. Ja, das ist eindeutig besser. Hat er vielleicht noch irgendwas Verzaubertes sonst gehabt? Nee, den Crap, das schmeiße ich alles weg. Das brauche ich nämlich hier gar nicht. Ja, ja, das brauche ich nicht. Das hier kommt auch einfach weg. Ja, gut. Gut, 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 dann können wir weitergehen. Essen haben wir genug. Alter, schreck mich nicht so. Ich dachte, das ist mein Mensch. Aber jetzt werde ich hier wieder in Facebook angeschrieben. Was soll der denn das? Ich gehe jetzt mal rüber. Zack, schnell mein Dia-Schwett rein. Zack, Nemesis der Gliedfüßerung. Genau das. Ah, Gliedfüßler. Ich sage immer, Nemesis der Gliedfüßerung, weil ich das irgendwie so lese. Aber es heißt, ja, Nemesis ist der Gliederfüßer. Ähm, ja, schnell da rüber. Eigentlich könnte man sich ganz hier schnell, wenn man Leder hat, dann einfach schnell Bambus, ähm, also Zuckerrohr abreißt. Dann könnte man sich im Prinzip Bücher machen und dann Schärfe 2 und so auch auf Schwert machen, wenn man sich einen Amboss craftet. Aber das ist zum Beispiel, ähm... Au, lag, lag, lag. Bei mir ist gerade extremer lag. Was ist da los? Was ist da los? Was ist hier los? Alter! Was ist hier los? Oha, Mann, ist das schlimm. Okay, jetzt geht's wieder so langsam. Alter, das ist doch nicht normal. Also diese Frame-Einbrüche teilweise. Und ähm, dann denke ich mir so, warte, wieso, wieso? Ich, ich, ich verstehe das nicht. So. Schärfe. Oh, immer solche Kack-Sachen, die man einfach nicht braucht. So. Und hier. Ich brauche, ich brauche Sachen zum Enchanting. Ähm, ja, sonst noch irgendwas? Ne, aber, wisst ihr was? Ich mache mir jetzt einfach Diaboots. Das ist auch ganz gut. Die geben, glaube ich, ein halbes dazu, oder? Ja, ein halbes. Das ist ganz okay. Die Werkmacht holen wir uns dann mit. Wie viele Leute leben denn noch? Ah, ja noch wir zwei, okay. Ähm, stopp. Hör auf zu lenken. Hör auf bitte zu lenken. Was habe ich denn in meinen Grafikeinstellungen hier? Schnell. Ich mache einfach die Sichtweite jetzt mal auf 13. Ähm, aber daran kann es normalerweise nicht liegen, weil ich habe da nie irgendwelche Probleme damit. Und schon gar nicht, dass hier irgendwas lag. Aber, ähm, normalerweise liegt es am Internet. Es sind jetzt noch, ähm, Andi, du bist jetzt auch im Netz, oder? Ja, er ist jetzt auch im Internet. Ähm, dann ist natürlich klar, dass es noch mehr lag. Und mal schauen, wie das Finale jetzt dann so wird. Wie er ausgerüstet ist. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, und mein 400 Abonnenten-Smash-Leute kommt natürlich. Ich arbeite. Ich arbeite daran. Ähm, und ich hoffe, es wird euch gefallen, weil ich habe da eine kleine Idee. Und, ähm, ich werde da ganz viel Zeit und Mühe reinstecken. Und vielleicht lohnt sich das ja und euch gefällt das dann. Aha. Ähm. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr euch, denke ich, drauf holen. Ja. Äh. Aua. Der macht einfach eine Falle, ey. Was soll die Kacke? Da denke ich mir nur so, why? Wieso tun das denn Menschen überhaupt? Ey, cheatet der oder so? Ey, das ist doch nicht normal. Ich kann den nämlich nicht mit dem Bogen treffen. Seht ihr das? Ey. Ähm. Alter. Ne, das schreibe ich jetzt nicht GG, weil ganz ehrlich, das sah wirklich so aus, als würde der hacken. Ich kann mir das nochmal in der Aufnahme anschauen, aber man konnte den nicht mit dem Bogen treffen. Ihr habt gesehen, ich habe genau auf ihn gezielt. Genau auf ihn. Und, ähm, er hat einfach keinen Schaden genommen. Ich schätze einfach mal, dass das ein Hack war. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir mal jetzt in die Kommentare schreiben. Ob ihr glaubt, es war ein Hacker, schreibt einfach Hashtag Hacker oder Hashtag Kein Hacker. Ähm. Denn, erstens, ne Falle bauen, gut. War jetzt vielleicht ein bisschen... Er dachte sich so, ja, er ist cool, er muss jetzt ne Falle bauen und so. Ähm. Wir sind leider zu spät aus dem Wasser gekommen, aber sonst war es ne ganz coole Runde. Auf jeden Fall. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob das ein Hacker war. Es sah nämlich sehr sehr so aus. Ähm. Ähm. Ja. Ich arbeite mit einem 400 Abonnenten-Special. Vielleicht kommt es schon morgen. Und ja. Ich... Ähm. Heute Abend, ein bisschen später, kommt dann Last Team Standing. Freut euch drauf. Und, ähm. Ja. Ich würde sagen, das war's. Haut rein. Und tschau. Einfach mal gegen das Mikro geschlagen. 度 ein Vf. 1 7 5 6 8 Vielen Dank.